Hallo und willkommen zurück bei SyForest So dann schlafen wir gleich mal Oh ich mach grad ein Feuer Okay, dann schlafen wir Das ist damit wir schon warm haben beim Schlafen deswegen hab ich's gemacht Und wunderbar ist ja, voll Energie wieder, sehr gut, so ich muss erst mal was essen Angezündet und Ja, und Hasen rennt, so Ich, also was direkt von Dingen Hab ich denn meinen Topf noch? Ah, der ist empty, naja, gut, dann geh ich halt schon raus und trink da was Hast du ein paar so, dass die wir hier hinstellen können? Hätt ich ja, aber ich möchte die irgendwie ein bisschen behalten Wenn wir da auf Toure gehen Ähm, machen wir das jetzt mit denen zu Ende, oder? Ich glaub, das Luft reichen, oder? Jo, ich denk 47 Loks brauchen wir, das passt Ja, das So, ich ess halt schon was, so Und bin da Geht los Tor ist zu und da los geht's Ich brauch meinen Kapitän Wo bist du denn? I am here Wo bist du denn? Hä? Ach komm, ist still nicht so einfach Schnauze Was hast du grad gesagt? Nix Doch, ich glaub da, wenn ich da direkt ins Wasser gucke, kann ich was erkennen, was schon gebaut ist Direkt so am Rand, weißt du? Siehst du das? Da? Ja, am Rand sieht man schon, ja Ja, da sieht man schon ein bisschen was Ja, wahrscheinlich tust du das einen Lock hin und dann bam, das ganze Ding fertig Ja, wahrscheinlich Ja, man baut erst außenrum und dann Ja Ich glaub so bei, nach der zweiten oder dritten Fuhre sollte man dann was sehen Dann oben drauf, oberflächlich dann Ach, die Bäume, ja, da stehen die ganzen neuen Bäume wieder da Ach, ne, die stehen wieder Ja, ich find das nicht so toll, ich bin nicht so Fan für Ja, ich glaub Es verwirrt auch ziemlich, irgendwie Ja, ich glaub jetzt haben wir genug Bäume jetzt wieder, vielleicht schall ich's wieder aus Bis in der nächsten Folge dann, oberla Alter Wo ist unser Boot hin? What? Alter, das hab ich schon gedacht, dass das irgendwie despawn ist Ja, genau Komm rauf Mäp, 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 mäp Ah Gott, zack So, Mann, Mann Ich war hier nicht den ganzen Tag Ja, ich bin so unterwegs Ah, das funktioniert gut, weil ich hier in der Ecke stehe, ne, dann kippen wir nicht um Das geht eigentlich Ja, das, jo, ist super So, dann bauen wir mal hin, Baumeister Ich bin hier dabei Hack und zack Ah, jetzt fängst du langsam an, jawoll Sehr schön Wo? Ach, sieht bei mir jetzt was So cool Bei mir ist der gesamte Ja, die ersten Balken sind schon da Hä, bei mir nicht Erste Viertel Echt, bei mir nicht? Hä? Komisch Bei mir ist schon der Viertel der Boden da Ja, 19 Loks noch Also zweimal fahren noch Und dann haben wir's Ihhh Was zum Teufel? Ja, was hast du jetzt gemacht? Ha, du willst das doch selber Hä? Achso, wir sind voll Da nehmen wir den da Jetzt Geht doch Und dann Zack Geht los Ja, ich glaub Wenn wir das Fundament haben Können wir nochmal in die In die Höhle gehen, oder? Und dann Mal in die andere Richtung gehen Jo So, machen wir's Ich will echt gerne mal in diese Verkackte Riesenhöhle Also in dieses Riesenloch rein Ja, magst du wieder zu diesen Zelten Zelt zurückgehen? Ja Und dann in den anderen Eingang reingehen? Ne, ich würd bei den Zelten Ne, ne, ne Ich würd bei den Zelten Also wieder gleich rein Und dann Wo wir rein sind? Bei mir ist immer noch nichts Doch, bei mir ist es fast fertig Das Ding ist Bei mir noch gar nichts Warum? Bei mir ist die komplette Oberfläche noch Weiß Hä? Naja Also fünf Loks noch Na, haben wir's Ich seh's schon richtig Komm, ich tu einen Lock hin Alles steht da Bei mir Ja Wahrscheinlich Witz uns enden Ja Bei fünf Loks Warte, dann warte ich kurz Das schaffst du alleine Drei, vier Drei, vier Einer noch Einer noch Ah ja, stimmt So Wie soll ich's Licht angemacht? Die Frage Ja, jetzt war's plötzlich da Ja, okay, ne Bei mir ist es schon langsam Jawohl, sie sieht richtig nice aus Auch hier richtig schöner Übergang Oh, ist so schön Das hast du schön gebaut Alter, das sieht so gut aus Wow, kaputt machen Alter Ey, das kann man gar nicht kaputt machen, glaube ich Hörst du damit auf? Das kann man nicht kaputt machen Ah, du Spaß Tatsache, kann man nicht kaputt machen Hörst du auf, ey, ich hab komm noch Rüstung, man, du blöder Spaß Lass mich auch erwischt Ich hab dich einmal geschlagen, tut mir leid Ja, soll man dann gleich die Wende ziehen oder wollen wir das erstmal lassen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie uncool, wenn unten auf dem steht 300 Loks Ja, irgendwie Ja gut, wir können sie schon mal planen Ja, wir können sie mal hinziehen Vielleicht jetzt nicht gleich bauen Weil dann gehen wir erstmal wieder in die Höhle Wart, Vorräte Hab ich genug Vorräte drin? Gut, ich hab ein Fleisch zum Braten dabei Ja gut, Snacks hab ich genug So, das hab ich genug Ich tue meinen Topf vielleicht noch auffüllen So viel auch Jetzt hier noch löschen, das eine Genau Da können wir dann eine Wall einbauen Wollen wir jetzt eigentlich einen zweiten Stock haben? Ich glaub schon, oder? Auch, wenn wir es nicht brauchen Ja, hier so eine Treppe hin und dann hoch in den zweiten Stock oder so Hast du die Treppe oder? Ja, jetzt machen wir erstmal die Wall Was ist das? Kannst du das nicht machen? Du kannst immer nur für Stück für Stück Ach so, genau Du kannst du nicht aufplanen Aufplanung kannst du nicht planen Aufplanung kannst du nicht planen Aber hier sind wir verdammtes Floß auch da Aber eine Tür wollen wir schon reinbauen, oder? Jo, ach so, vielleicht wäre es Ja genau, hätte ich gar nicht löschen müssen, ne? Das weiß ich jetzt nicht Warte, hier ist es davor Die Türe, mach mal Es ist ein Fenster, oder? Ja, hier ist eine Tür Ah, man kann Fenster machen, cool Äh, was, ich hab jetzt nervt die Tür ist nicht Alles gut, dann machen wir es anders Pass auf, dann mach ich das so Alles gut, chill dein Leben So, dann mach ich das jetzt so Oh, das ist nicht so, sondern Ja genau, so Dann darüber, dann darüber, dann darüber Vollverkrackt, dann zurück Wo ist das jetzt? Bin ich jetzt bescheuert Ach da Wollen wir denn überall jetzt Fenster reintun, oder nur Richtung Äh, Küste? vielleicht hier noch eins gefällt mir jetzt nicht das ist ein bisschen verkackt scheiße ich mag das perfekt machen deswegen dauert das jetzt ein moment alter doch das passt nicht weil hier stört mich ja ja ist ja gut das geht immer gar nicht du siehst es dann immer nur von der seite erzähle ich hier ne ich sehe es nicht wie es innen aussieht das ist die kacke halt extrem schwer sowas ja das kann man auch lassen glaube ich ich muss das ein bisschen mehr rein bauen ein bisschen mehr rein aber sonst so dass halt da es nicht so eine lücke ist zwischen tür und wand das ist so glaube ich gott das mutat an unserem strand zum spinnviech meine manker aber vielleicht läuft das in unsere falle lustig alter das ist echt richtung ja mann falle immer gar nicht direkt am strand das doch die fette falle oder ja es könnte sein dass er voll rein auf weder macht unsere mauer so gut gehen nicht mal ich glaube dessen der mauer der rennt gerade in die mauer sixes ich sehe seinen fuß glaube ich hätte traut sich ja ja so ist gut perfekt so jetzt ja so ist es gut und jetzt jetzt ich weiß nicht ob ich das richtig sehe ob wir nur reinlaufen oder ob wir uns der mauer auch gerade kaputt machen glaube er läuft dort dagegen kann auch sein ja ich weiß es auch nicht seh mir halt an ey passen die fenster so oder magst du doch mehr reinhauen irgendwie da ist ein fenster da ist ein fenster ich würde fast sagen dass wir hier ein fenster reinhauen und dafür vielleicht hier nicht ja genau so was sind das für sticks kann ich kann man zusperren ach so darum habe ich mal gewundert oder ja gut aber zusperren es ist doch nur innen und außen oder verstehe also da ein fenster da ein fenster das war hier auch fenster weiß ich ob wir auf der seite ja doch wieso nicht so dann haben wir die insel da hinten im hintergrund genau das sieht ganz schön aus die insel hier haben wir kann man dort hinter schön zu der apache dinge dann nehmen wir eine waffe in die hand ist gekämpft und muss beseitigt werden ein bisschen action noch in dieser folge oder wie ja muss blut fließen magst du direkt von rechts im floßen fahren oder nicht oder ja am besten ist immer das beste direkt ich habe ich jetzt kein ach so wie ich habe jetzt auch da ist so erst wenn wir da sind heute hat er direkt vorbeigelaufen direkt dort ich habe nicht mehr wo alter ok der springt warte ich versuche mal da rein zu d hier kommen wir hier kommen doch her die 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 das ist denn hier so stark sind die gar nicht irgendwie mal den die kann man relativ leichtfertig machen habe ich das Gefühl ja weil die kann man gut ausweichen den da der stimmt ja kann man das denn jetzt eigentlich ins feuer rennen nein kann ich wollte ich ja nicht ja ich weiß ja ich habe keine sticks mehr ich habe mal ein bisschen die wall scheiße ich habe keinen ich habe kein ding mehr hast du noch ein bisschen was ich immer auf die andere seite sonst kann ich das nicht das muss eigentlich ziemlich wieder voll sein mit warm hat die schreien gerade zu sehr ich will nicht gut jetzt schon wieder ungericht wieso bin ich schon wieder ungericht jetzt brauchen wir wie viel 65 das geht sogar es geht es ist gar nicht so viel immer das ist so es geht was hast du noch sticks 65 loks was geht mit der wall ach so ja ja ich habe ich meine sticks immer direkt hier rein damit ich immer wieder für eine dinge gut dann kann ich hier er läuft direkt bei der falle vorbei und genau dort wo ich genau dort wo unsere fallen vorbei sind das ist doch scheiße so was der haut direkt dort rein wir haben so eine kleine lücke gehabt so eine scheiß kleine lücke er müssten vielleicht doch ein bisschen das ausbauen noch mal und vielleicht ist die große falle dann unten am strand vielleicht nochmal eine zweite direkt daneben ja das wäre vielleicht mal geil ja vielleicht allgemein so immer wieder mal zu einer daneben stellen so dass es so gesagt noch zu unserer maul dazu gehört dass wir immer da vorbeilaufen müssen weißt du wie ich meine hier und hier und hier und dann beim eingang natürlich nicht und dann hier weiter ziehen solche wenn uns mal langweilig jetzt fehlt da direkt eins so das ist eigentlich ein wallplinter eine eine einen scheiß dick brauchen wir noch alter die bäume naja das ist dass das hier wieder so viele bäume sind ich weiß nicht daher ich wollte es nur ausschalten was wollte man ich mache ach genau ich wollte ja jetzt ich mag dich jetzt bauen was ist denn so auf dieser seite sind wir jetzt fertig mit der stachel ding am strand stein verpiss dich ich mache hier mal zu mitten am tag kommt einfach so ein mutant vorbei ne das ist schon kurios sowas ach was wollte ich dir jetzt eigentlich nachschauen genau ach genau ich mache mir jetzt mal so ein bärenbeutel mit zwei rapid oh ja genau das ist eine gute idee ich habe natürlich gerade kein rabbit hast du rabbit ja ich habe jetzt gerade menschen genommen wenn ich hier hängen will dann gehe ich mal zwei rabbits jagen schnell in den letzten fünf minuten von der folge noch hast du noch hunger bei dem lagerfeuer wird was liegen ja erinnere mich dann wieder dran wenn ich dort bin naja wenn du jetzt jagen gehst noch mal dann will ich noch mal ganz schnell äh bäume fällen stein nehme ich noch mit genau in der nächsten folge gewann dann wieder in die hülle würde ich sagen ja klingt doch ganz gut auch wieder bisschen was spannendes bisschen abwechslung muss ja sein das schwere bei den hasen ist ein bisschen die siehst du erst im wald siehst du die erst so spät dass du schon viel zu nah bist ja das ist das problem dann laufen sie weg schreng dir den finger ihre pupeln aus ich gehe da war kein scheiße jetzt habe ich einen pfeil verschossen da die siehst du erst mal wenn die direkt neben dir stehen dann wenn sie losrennt siehst du die erst apropos pfeil ich wollte eigentlich mal jetzt pfeile kraften was braucht man dafür stick und federn oder irgendwie so ja braucht man noch was jawohl einen habe ich genau kraften mal ein paar pfeile weil ich glaube ich verschieße gerade ein paar pfeile ich glaube bei dem lager waren wir noch nie also ich könnte mich nicht daran erinnern warst du bei dem lager hier schon mal leck mich im marsch hier ist geld hier ist nochmal geld pilze haufenweise koffer ne hier waren wir noch nie wo bin ich denn lange laufen giftige pilze ach da laufen die schulder rum ah oh shit ach komm ey ich war doch grad ach komm ey ich war doch grad ach komm ey ich hab keine rüstung mehr oh alter ich brauch vielleicht bisschen hilfe hier sind grad oh shit was mutant oh ich bin gleich tot wenn es so weiter geht die umzingeln mich grad hier ja ich kann nicht mehr blocken ich bin gleich da ähm stirb entschuldigung ich bin immer noch krank oh shit ja ok jetzt wird es langsam ich bin schon da ich bin schon unterwegs zu dir ich war nur ein stückchen weit weg jetzt ich hab jetzt auch keine Ausdauer das kann ich auch nicht mehr beschäftschen so der zweite ist weg einer ist noch da ja super jetzt wo ich da bin ach 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 so alles tot von dem will ich töten so 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 Feuer 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 Mach dein eigenes scheiß Feuer ich muss den Hasen töten hey jetzt regnet sie so jetzt wollen wir Feuer machen müssen ich trinke jetzt erstmal nochmal schon was jetzt kann das jetzt nicht sein Mann zwei Hasen da ist er ach der Scheiße daneben Feili ey wo sind denn jetzt ja da ist sie noch die Leiche Feili nein es ist ja schon wieder wo ist denn die andere leiche noch ich finde sie nicht ach du scheiße das habe ich erwischt das scheiße das war nur ein scheiß ach mist wo ist die andere leile noch ein ich habe keine pfeile ich komme mal zurück leider habe ich nur ein hasen erwischt glaube ich oder waren es zwei ich habe nur ein hasen erwischt mit allen pfeilen im wald das siehst du die nie du siehst du die erst wenn sie bei dir vorbei ist also du siehst keine und dann wenn sie nehmen das sind los dann mit sechs erst mal dass du welche waren ließt naja das ist das problem wie viel Rüstung hast du ja darum weil dann ist eh folgen Ende ne also dann würde ich mich gleich direkt hier im Feuer verabschieden bist du achte bist du ja schon und ähm ja würde bis zur nächsten Folge und ja tschau tschau